Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal sind Yoshi, Braindog und ich an den Dorenta Klippen unterwegs. Bei den Dorenta Klippen handelt es sich um eine rund 4 Kilometer lange Sandsteinfelsformation. Die Klippen verlaufen entlang des oberen Südwesthangs des Teutoburger Waldes im Tecklenburger Land in Nordrhein-Westfalen. Herausragende Einzelfelsen sind zum Beispiel der Drei-Kaiserstuhl im ost-süd-östlichen und das Hockende Weib im west-nordwestlichen Teil. Zu einigen Felsgruppen und ihrer Namensgebung gibt es lokale Legenden. Überregional bekannt sind die Menschen, insbesondere durch das markante, hockende Weib, um das sich eine tragische Sage rankt. Der Sage zur Folge erstarrte eine heldenhafte Frau in Vorzeiten zu Stein, was namensgebend war. Diese Frau soll als Mutter mehrerer Kinder in der Nähe der Klippen gelebt haben. Damals sollen die Meeresfluten häufig bis direkt an die Berge gereicht haben. Die Frau, die ihre Kinder vor der außergewöhnlich schnell und hochsteigenden Flut retten wollte, soll sie auf ihre Schultern gehoben und sicher über die Wassermassen gehalten haben. Sie selbst stand bzw. hockte dabei im Wasser. Nach langem Warten, Bangen und Beten soll Gott die Flut schließlich wieder zurückgeschickt haben. Das Weib wurde zu Stein, die Kinder waren jedoch gerettet. Wie man sehen kann, gibt es nicht nur Felsen, sondern auch einiges an Wurzeln, über die man drüber fahren kann. Ich war wieder mit meinem Trailfinder 2 unterwegs, der zum Camper umgebaut war. Was habe ich an Veränderungen vorgenommen. Ich habe einfach an den Blattfedern vorne eine Feder rausgenommen, sprich ein Blatt rausgenommen. Hinten waren zu dem Zeitpunkt zwei Blätter draußen, also nur ein Blatt drin. In den Dämpfern, die mit verbaut sind, habe ich die Federn, die drin verbaut sind. Also innerhalb der Dämpfer, die habe ich ebenfalls rausgemacht und dann mit Öl aufgefüllt. Somit hat das Auto auch ein etwas besseres Fahrverhalten. Yoshi und Braindog waren mit ihren FMS Toyota FJ40 unterwegs. Beide haben andere Felgen verbaut und natürlich auch andere Reifen. Und soweit ich informiert bin, sind auch noch andere Stoßdämpfer verbaut worden, damit das Fahrverhalten ein bisschen geschmeidiger ist. Ansonsten sind das eine Scaler und eigentlich nicht unbedingt für Performance geeignet. Schön zu sehen sind die unterschiedlichen Felsformationen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, wo die Autos sich richtig austoben konnten. Mit dabei waren noch zwei weitere Crawler-Freunde aus der Umgebung. Verzeiht mir bitte, wenn ich die Namen nicht mehr weiß, es ist einfach schon ein bisschen her. Es war im Winter an Silvester, wir haben mittlerweile Ende April. Ich weiß es leider nicht mehr. Sorry. Wenn ihr das Video seht, könnt ihr euch gerne in den Kommentaren unten bei mir melden. Sieht hier nicht so aus, aber die Stelle war ganz schön steil und das Auto hatte einiges an Arbeit zu leisten, um da hochzukommen, wie man sehen kann. Und dadurch, dass es noch überall nass war, von Regen und allem, waren die Reifen natürlich auch zugeschlampt und hatten natürlich auch da wieder weniger Grip. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich oben war. der Untertitelung des ZDF, 2020 Ja und der Felsen bildet dann natürlich auch den Abschluss dieser Fahrt. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Das hilft dem Kanal ungemein. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.